Ich sehe Prävenire als einen sehr wertvollen Think Tank, um das Thema Gesundheit anzusprechen. Gesundheit ist ein ganz wesentliches Element in unserer Gesellschaft heutzutage, was eigentlich in allen Bereichen Bestandteil der Diskussion sein sollte. Und das wird manchmal von der Regierung nicht so getragen, wie es vielleicht sein sollte. Und deswegen ist es gut, wenn außerpolitische Initiativen hier ein bisschen Druck machen, die zu Diskussionen anregen und auch vielleicht Ideen einbringen, die die Regierung, die die Politik von sich aus nicht so gleich im ersten Moment gesehen hätte. Vielen Dank.